Hey Leute, ihr seht es ja schon am Titel. Ich werde jetzt erstmal ein paar Tage lang kein Video hochladen und nur damit ihr euch nicht wundert, gibt es dieses Video hier zur Info für euch. Die Videos kommen aber auf jeden Fall wieder. Spätestens für den 27. habe ich wieder ein Video angesetzt, da soll die Hausbaureihe weitergehen. Ihr habt ja schon gesehen, letzten Sonntag kam keine Folge. Da habe ich es einfach nicht geschafft und habe jetzt einfach die Gelegenheit genutzt, mir die gesamte Woche freizunehmen. Vielleicht schaffe ich es sogar schon am Samstag wieder ein Sims 4 Video zu bringen, kann aber nichts versprechen. Werden wir mal schauen. Ich werde es aber auf jeden Fall die Woche über mir erstmal ein bisschen Auszeit gönnen. Ich habe ja jetzt die letzten Wochen so einigermaßen meinen Uploadplan hingekriegt, den ich vor einiger Weile hochgeladen habe. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Und da stehen sowieso ein paar Veränderungen an, die ich umsetzen wollte. Und da tut die kleine Pause von einer Woche dazwischen eigentlich ganz gut. Und dann werdet ihr ab nächster Woche sehen, wie sich der Uploadplan so ändern wird. Aber dann können wir uns alle gemeinsam erstmal eine Woche Ruhe voneinander gönnen. Bzw. ihr könnt ja alte Videos schauen. Und dann sehen wir uns spätestens nächsten Sonntag hoffentlich in der Hausbaureihe wieder. Bis dann. Eine schöne Woche euch.